ok ich würde tatsächlich glaube ich noch mal ein run machen mein du wirst natürlich auch immer stärker irgendwie ist das so die katze die sich ins schwanz beißt aber ja der nächste tanzen da war es da muss ich dann auch wieder ja ich habe ja bestimmt schon zehn runs oder so habe ich ja dann schon gemacht und dein ritter erst machen bevor das auch ja das machen wir als aus dass das macht er machen ja es wird das verleidet so geil wo ich habe man ja so jetzt bin ich der ritter jetzt kann ich springen einfach und halt mehr aus aber schon deutlich lang dauert ja du möchtest dass ich wieder ausbau hatte ich finanziere das habe ich war die ganze zeit macht bis er nicht mehr genauft hat das ist ein bisschen sechs häuser glaubt ja jetzt kann er mir auch mal in ruhe lassen weil es deutlich langsamer leben warum habe ich jetzt im ritter so viel weniger leben ne du dein max leben ging hoch aber du hattest halt nur 90 aber ich hatte ja vorher schon 180 grad ja aber du hast jetzt deutlich mehr leben und dann im verhältnis in prozent der rechnen ist das halt rum okay und sich zusätzlich gesundheit aktuell so viel dann machen wir hier noch einen rein das 300 ja deutlich besser das können wir hier noch machen magie okay nicht notwendig jetzt gerade das ist wirklich nur wenn du glaubt den mage basteln willst äh halt sonst benutze ich ja nie glaub ich kann auch bei waffen was machen ja auch 1005 60 okay 44 habe ich jetzt noch du willst wahrscheinlich wieder nach unten oder ich habe 159 jahre rekt und das auch nichts bekommen wir lassen hier wirklich 50 alles teurer kann ich da machen auch nichts ist da ist darium koste 1 kann ich mal bei ausdauer war schon noch nie doch bei ausdauer war man auch schon habe ich auch schon was reingehauen ja auf die 45 und da könnte es folge über die dinge und rüber jumpen und auch eine statue kiste immer kein geld immer kein geld ja ich mache jetzt auch deutlich mehr schaden mit ihr das ist jeder anzustein charakter extrem ach zu weit wir müssen da oben rein der gleiche raum noch mal das ist ja nicht so hatte ich jetzt auch noch nicht doch wo 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 geister weg mit dir ich habe einen schluss bekommen okay also entweder zufall oder der kann so ich glaube dass zufall ist wir waren es ist nicht das erste mal dass wir und herr nicht mehr krits manchmal noch nicht mit dem hinterher teleportieren aber überlegen wir sind jetzt bei 2000 nach unten ist aufgegangen ja ich guck mal dein leben ist komplett voll ja ja einfach unterschied einfach weil ich jetzt deutlich mehr aushalt hatte vorher 90 leben am anfang ich bin sie dann lasst uns warten abgeschlossen du hast einen schlüssel als bossraum links und links und dann runter ok den raum kennen wir es auch schon mich halt trotzdem sehr ruhig unsichtbar bin geil mit dem ritter gell ja jetzt schon luxus ach da musst du drauf stehen also musst uns nach oben gehen Tobi ich muss drauf stehen ja warte mal ich mach so lange das hier noch ich brauche quatsch 800 items später was habe ich du hast jetzt so ein lebensding ein heiltrank in deinem menü oben hast du ein heiltrank ach so ich hab grad gedacht was einstürzt einstürzt ah ok ich glaube selbst das muss man auch hochpushen dass der mehr heilt wer heilt der denn ich nehme den mal oh ok ich hab nur 2 hp hier gibt es einen gesundheitskrank für 70 holy shit 70 ja den kannst du herstellen du läufst ähm wir müssen haben wir einen boss schlüssel jetzt grad komm ja ja zum boss den darf du dann machen i try ich bin irgendwo eine wiederbelebungsstatue noch irgendwo lass ich mich einmal töten kann ich wiederbeleben ähm müssen wir nochmal durch die ganzen räume gehen dann machen wir das so jetzt du stirbst einfach nicht nein ich bin disney ich auch dein tot ah alter jetzt kann ich nicht laufen wieder ja da brauchst du nicht hingehen wenn du das machst lass gut sein den meisten damage machst du nicht an dem ding sondern wenn dann die wurmchen dinger kommen genau jetzt nur die wurme dinger machen ja vor allem das ist auch nicht so dass du dann irgendwann merkst du dann so und so machen kannst ja ouch nein genau da wo ich wie wenig schaden macht er eigentlich nur noch bei mir 5 muss ja nicht mehr angst haben du machst du schaden nö gell gell ja nicht viel aber er macht halt bei mir auch keinen schaden wenn er trifft ja ach so ach ich seh nur grips normale hits seh ich da nicht ach so ach ich seh nur grips normale hits seh ich da nicht das ist mega der ridder gell ja vor allem wie wenig schaden ich krieg ja aber ich mach auch nicht viel schaden jetzt bei dem zumindest mal ja aber das hat mir mit dem ritter so jetzt nichts zu tun da musst du halt jetzt kannst du ja 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 jetzt kannst du beispielsweise um dein grund damage die die 4.000 oder nah hast nur in schaden hoch g nice work thank you very much thank you for your cunt attention ach so ach guck Tobi wenn du A drückst kannst du da ablegen ja oder ist es A ich bin immer irritiert wegen Xbox controller ja ist A ich brauch dich ja eigentlich eh nicht mitnehmen alter ich bin so irritiert manchmal wegen der Steuerung hey mach die war es mal nicht kaputt na das ist cool 4.000 nur schade zack ritter zack und schon läuft ein Ding alleine durch ja mit dem habe ich auch echt am meisten dann geformt und mit dem magier bist du noch ein treffertuch echt kannst du auch teleportieren oder kann es nur ich ja ja was mach jetzt stammach stammach ach du hast schon wieder neiin gott hat er es bald noch mit den häuser hier stammach 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 achso da war da hat irgendwas anzeigte stehen das war so ein schwarzes hinbau unten rechts also weiter rechts ist ein bisschen ja das da war nämlich hier das schild an einem netten platz ein paar raufbau der aus okay das ist für die story schon relevant oder für die ganze zeit so ich schreibe jetzt erstmal meinen memoarien weiter heute dansen abgeschafft morgen wieder dansen wahrscheinlich ich mache immer dansen ich dansen mögen tag 1 dann nicht gesagt war zwei dansen ordentlich so frei da halten wir noch ausdauer würde ich mal ein bisschen was machen und dann okay das reicht erstmal und rest würde ich jetzt einen schaden investieren und vielleicht noch ein bisschen in leben will eigentlich überall sein tun ja deswegen ich gehe zu einem haus hin und gibt alles aus macht weil die täge nicht kaputt gehe ich jetzt das gleiche ja 50 ok ich habe jetzt alles ausgegeben okay also einen run würde ich jetzt tatsächlich noch machen und dann machen wir weiter ein run geht noch aber das ist sicher wie schnell die wands eigentlich gehen und vor allem ja gut weil wir jetzt auch nur die dritte ebene machen wenn wir jetzt mal komplett machen würden dann wird man auch deutlich mehr robine kriegen diamanten kriegen denke ich mal ja gut da muss aber auch ein bisschen vorsichtiger spielen zuerst die ganzen fallen ganz genau so endlich neue räume 1 das kann es blocken noch mal einer alter ok nein ich bin gesprungen ist es ist um gespawnt ja lass links wieder die räume genau die schildkröte wenn die töte ist danach blockiert und das ding geht aber auch gegen der wand und kommt wieder zurück ich hätte übrigens den postraum ja aber es gibt gar keinen sinn in die oberen räume kommen gar nicht hin zumindest bis jetzt nicht da das noch so wieder die dummen räume haben ich mag die nicht eskalieren sieht man aber auch so schlecht man ja finde ich auch schlag dann immer daneben und dann kann ich den abstand gar nicht richtig da kommst wenn das solo spielt ist wirklich ja klar ist halt übersichtlicher dann ja vor allem auch so noch random fledermaus das überlegen ich bin das sofort alter aber mich wird dann auch interessieren zu sein noch mal mehr gegner oder halten die noch mehr aus und vor allem die rätsel deswegen sind wahrscheinlich auch nicht so viele rätsel du musst ja die rätsel immer so machen dass es sowohl solo als auch zu zweit als auch zu dritt das war Hier unten und dann links Nein, ich wollte springen, oh, reicht Oh, nicht zurückgehen, wir müssen weiter Falscher Teleporter Links glaube ich Du brauchst übrigens die Map nicht aufmachen, ich sehe sie Oben rechts immer Weiß nicht, siehst du die Map oben rechts nicht? Doch, aus Gewohnheit im Solo-Play Ich will gar nicht mit kämpfen Jetzt fühlt sich aber endlich wieder normal an für mich zu spielen Ich habe mich gerade am Anfang gefühlt, wie als wäre ich so ein neuer Charakter bei Diablo 2 und lass mich hochziehen Nein Aha, ich gehe mal weiter Nein, ich komme wieder zurück Ähm Müssen wir eine Ebene, aber wir müssen ganz rechts und noch hoch Da war wahrscheinlich ne Ja, da wird wahrscheinlich der Boss los sein Ja, ganz rechts oben Ja Ja, der wurde für 4K Wer hat mehr Leben, du hast mehr Leben, du musst laufen Oh Runter Er schlossen die Teleporter eigentlich richtig geil Ja Voll Nein Alter, geh doch da rein, danke Ähm, nach unten Rechts Ich sehe schon, der Ritter, der gefällt dir Ja, ich mag das mit dem Springen Das Springen ist cool Aber ich bin gespannt, was noch für Klassen kommen Äh Ja, kann ich ja schon lesen, aber was die können, weiß ich auch nicht Hexen gab es noch Und Äh Äh Irgendwas mit Schwörthieb oder Schwörthieb 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 Irgendeine Damage Klasse Damage, Damage Oh, wie immer Soll ich nicht mal gehen? Ja, nö Wie immer Ja, ich hab nicht geblockt Dieses Hüpfen macht echt Ja Damit kommen wir halt gut voran Hä, warum kannst du nicht Hä? Hä? Geht nicht Geht nicht Ist kaputt Bei mir hat's aber auch Äh Den Stein Wo du geschoben hast Den hat's bei mir gar nicht Warte, ich kann schieben Äh Äh Bei mir bleibt alles so stehen Achso Kannst du denn überhaupt jetzt schieben Was gehst du nach unten? Ich kann gar nichts machen Aber ich kann hier drauf gehen Ich hab geblockt Ich hab geblockt Vielleicht war Ausdauer leer Ich muss jumpen Ähm Kannst du kurz zurücksetzen? Ne, bei dir unten Achso, oder so Ja Wie? Ja 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 Dann muss ich nochmal außen rum Achso Achso, ne ich kann das da mit dem Dings machen Mit dem Stab Hä Hey, warum? Oh, falls das ist Falsches Alte Ich muss nochmal umstellen Deswegen Ich wollte grad sagen Ich wollte grad sagen, warum geht's nicht? Warum laufen wir Machen wir jetzt eigentlich jedes Mal so kompliziert, dass einer einmal unten durchläuft? Können doch direkt hier so machen Na, hallo? Da muss gar keiner unten durchlaufen Ja Ich hab ja magie auch ein bisschen So Ähm Bei mir gingen die Dinger jetzt gar nicht runter Ja Jetzt kanns laufen auf jeden Fall Solltest du zumindest laufen können? Ne Bei mir kam jetzt ne Info An alle Seiten sind Befestigungsdinge angebracht Und fortfahren und ich kann nichts machen Okay Äh, hä? Ach unten ist der Ausgang Bei mir doch keine Tür Doch, unten ist die Tür Ja, ich dachte grad auch, hä? Nein, ich kann nichts mehr Hey Nein Ich tu mir Info Bleib jetzt die ganze Zeit dran, oder was? Scheiße Okay, dann gehen wir jetzt direkt zum Boss Doch, du, ich seh nichts Boss Fight Untere Drittel seh ich nichts Okay Lustig Ganz schlecht, weil da der Tag stellt falling Ich darfst den Ski Ich darfst den Die 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 Komm her! Alter, dem haben wir gerade damage gedrückt. GG! Ich weiß nicht warum, aber ich wusste, dass du nach links läufst, weil ich habe mein Ding auch nach links. Ich kann nicht kaputt machen. Okay, warte, ich komm. Vielleicht kommt wieder der Pack. Du hast gesehen auch, oder? Das hat übrigens ein Update. Äh, ja, ich habe gesehen, dass du jemand ein Update bekommen hast. Gestern. Aber was sie gemacht haben, keine Ahnung. Wahrscheinlich bloß praktisch. Ja. Aber schön, sie sind bemüht selbst, dass die Demo rund läuft. Ja. Ja gut, das wird wahrscheinlich auch gleichzeitig ein Update sein für das Hauptgame. Und da sitzen sie ja eh dran. Okay. Damage, Damage. Ist schon wieder ein Haus. Ich sag ja. Ich hab da einige gebaut gehabt, bis der nicht mal Ruhe gegeben hat. Passt schon. Okay. Als du halt. Sag ich auch nicht nein. Hä? Ich bin ja leider. Du bist jetzt nicht mehr so. Das Ganze я gira mich mal zu restaurant. Ähm, halt. Oh, Münze. Damage, Damage. 25 habe ich jetzt noch 20 hier kann ich nichts mehr machen ich hatte eine idee was eine idee ich gar nicht mehr und umstrich bin ich dann schnell ja ja mit deiner fähigkeit auf jeden fall sonst wer ist okay hier kann ich mir gerade was ist wie schneidet sich hier herstellt 150 können wir uns 97 habe ich jetzt noch geht noch was umbrang ein krank hast du deinen trank wollen benutzen ja doch haben wir nicht ganz machen weil dann da brauchst du auch nur gegner und geh mal zu dem objekt händler und man da man kann nämlich drei flaschen auffragen dass man die nächste runde kaufen kann ich nichts da kommen wir da und da gibt es die bis dann habe ich ja schon gekauft dann gehen wir noch zum handwerks tipp hier aber sie braucht mehr leben und auch gleich angriffsgeschwindigkeit im besten buchen eis ich hab das nicht einmal okay so mit missionen wir haben dass den friedhof betreten jetzt müssen wir nur noch das rätsel lösen dass die tür öffnet wenn wir erst einmal drin sind sollten wir in der lage sein uns nach unten wir waren auf dem friedhof nicht aber was soll man es vielleicht noch mal probieren irgendwie alle klassen sammeln drei von acht heißt dass wir uns da mal umgucken in der gegend am friedhof einfach wir haben eine gießkange jetzt brauchen wir nur eine schaufel wir müssen ihm ein paar zapp keine hast du ich hoffe schon gemacht aber wir können jetzt gucken ob man die kommen ja ja dann gehen wir kurz nick nick war der boss da war nicht gleich rechts nach der forschung ja ich habe mich ein dazu bekommen dann muss das von vom ersten level noch sein der boss dass man den ersten dann schmarrn und und den krebsmedaien mit seinem buch umhauen kann es sein ja dann machen wir das da 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 Bis zum nächsten Mal.